Im heutigen Video zeige ich ein sehr interessantes, sehr einfaches und sehr leckeres Rezept, gefüllte Champignons. Wie ich das mache, du kannst immer ein Video sehen, bitte nicht umschalten und bleib bitte dran. Hallo, ich bin Waldi und heute mache ich noch ein interessantes Rezept, gefüllte Champignons in eine Gussbratpfanne und Rezept ist sehr, sehr leicht und sehr, sehr schnell. Und heute ist es sowieso sehr, sehr heiß draußen, da ist 33 Grad bei uns, also der Hitze ist schon ziemlich stark, deswegen habe ich jetzt Schatten gemacht bei mir. Und für heutigen Rezept brauche ich Hackfleisch, ich habe gemischtes Hackfleisch, ich habe aber 800 Gramm, das ist ein bisschen viel. Schauen wir mal, also wie viel noch bleibt und der Rest sowas bleibt, also ich kann noch was anderes machen, das ist also absolut kein Problem. Dann habe ich Champignons gekauft, zwei Packungen und das ist also ein bisschen viel, ich habe noch fünf Stück übrig und das kommt also jetzt in eine andere Pfanne, das heißt also ich mache in zwei Pfannen gleichzeitig. Für heutige Rezepte brauche ich Hackfleisch, Champignons, frische Petersilien, ein Ei, rote Zwiebel und eine Gemüsezwiebel, dann zwei Chili, zwei Chili, ein bisschen Thumian, auch so ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Oregano. Am Ende, wer das macht, also kann man auch geriebenen Käse oben drauf machen und brauche unbedingt noch, also dann Schlagsahne. Mehr brauche man absolut nicht, klar, da kann man also variieren, immer wieder, also zum Beispiel im Hackfleisch, also kann man auch so Senf machen, mehr Zwiebel und so weiter, aber ich mache das ein bisschen so, also wie mir das gefällt. Wie ich habe schon gesagt, also heute ist richtig heiß, deswegen ich muss auch beeilen, nicht, dass bei mir jetzt also dann Produkte ohne Grill schon aufgekocht werden. So, ich ziehe Handschuhe, nur weil also ich mit Hackfleisch arbeite. Die rote Zwiebel schneiden, Hauptsache so ein bisschen fein schneiden und das kommt alles im Hackfleisch. Warum mache ich Zwiebel, also im Hackfleisch, gefüllte Champignons und Hackfleisch wird oben und das wird also ein bisschen austrocknen. Und deswegen, also damit, dass da nicht so stark austrocknet, da mache ich Zwiebel rein und dann Fleisch bleibt saftiger. Dann brauchen wir Petersilien, Petersilien mache ich jetzt vom Stiel entfernen. Ei stört mir und deswegen, also ich mache jetzt gleich also ein Ei rein. Das muss nicht sein, ich mache das oft, also wenn ich zum Beispiel Fleischküchle mache, das ist nur Gewinnungssache. Aber ich heute versuche dann, dass da ein bisschen schönes Geschmack, weil also wir waren jetzt vor kurzem im Urlaub und da schmeckt alles so ein bisschen anders. Warum? Weil die machen auch unterschiedliche Kräuter und mehr mit Kräuter arbeiten. Und deswegen, also ich will jetzt zu Hause auch so ein bisschen meine Gerichte ein bisschen anders machen. Dann habe ich noch so ein bisschen Thumian. Und vom Thumian mache ich ganz einfach Blätter auch abziehen. Das wird dann ein richtig besonderes Geschmack. Das riecht jetzt schon sehr, sehr gut. Gut, dann schneide ich noch Peperoni, Peperoni durch. Ich hoffe, die sind also auch scharf oder pikant, weil ich brauche so ein bisschen pikante Sachen im Hackfleisch. So, mache ich dann Samen mit einem Teelöffel ganz einfach raus. So, ich probiere dann eine. Ob die scharf sind? Oh, schon gut. Draußen ist sowieso heiß und jetzt noch scharfe Peperoni. Das ist aber eine gute Sache. Das mache ich alles richtig fein. Ich weiß es nicht, wie das im Video aussieht, aber wie das riecht. Kräuter mit Peperoni. Richtig fantastisch. So, und jetzt, das kommt alles im Schüssel. Das sieht jetzt aber richtig sehr, sehr schön aus. Und das mache ich ganz einfach jetzt vermischen. Muss man noch salzen. Dann kommt noch Oregano. So circa eine Teelöffel. Schwarzes Pfeffer. Kann man noch auch geräucherte Paprika zum Beispiel nehmen oder Edelsüßpaprika. Aber ich glaube, das wird also schon zu viel. Dann machen wir das alles richtig vermischen. So ungefähr. Und jetzt, das kommt also noch im Kühlschrank, so circa für 20 Minuten, damit das der Kräuter so ein bisschen im Fleisch einziehen. Und jetzt in diese Wartezeit, also mache ich dann Champignons vorbereiten. Ich habe jetzt alle gewaschen. Und das kann man ganz einfach, zum Beispiel bei jedem Champignons, zwei Seiten und still kann man ganz einfach rausholen. Und dann wird, kann man schon so zum Beispiel schon Champignons auffüllen. Wenn jemand also zum Beispiel mehr Fleisch will oder noch mehr Fleischgeschmack will im Champignons, dann kann man das so machen. Der Ausschnitt also ganz einfach vergrößern. Das kann man ganz einfach mit einem Teelöffel der Innerein herauskratzen. Das riecht sehr gut. Und da sieht man auch, alles was rausgekratzt wird, also da muss man nicht wegschmeißen, sondern das kann man auch im Sauce rein. Jetzt kommt zum Glück Wolken, also das wird also hoffentlich nicht so heiß. Und bei mir ist so viel jetzt, also habe ich rausgekratzt aus dem Champignons. Dann mein Grill an. Dann kommt noch zweite Pfanne. Pflanzliches Öl gleich rein. Und ich brauche noch eine Zwiebel. Zwiebel würfeln. So, und jetzt mache ich mit den restlichen Sachen alles, also was vom Champignons geblieben ist. Ganz einfach auch hacken. Auch also in die Pfanne rein. Da kommt Zwiebel. Beide verteile ich ein bisschen. Ah, übrigens, das da, was bei mir auch also geblieben ist, das kommt jetzt auch in die Pfanne. Auch verteilen wir. Ich mache jetzt alles bei direkter Hitze. Bei direkter Hitze. Ich habe jetzt vier Brenner angeschaltet. Zwei Pfanne innen drin. So circa fünf, sechs Minuten. Schauen wir mal, also wie schnell das wird gebraten. Aber in dieser Zeit, also ich kann jetzt also dann Champignons auffüllen. Ich nehme so ungefähr einen Esslöffel voll. Und dann schauen wir mal, also ob alles reinpasst. Ja, das passt wunderbar. Das kann man auch, also zum Beispiel, ein Bällchen machen. Und auch also dann Bällchen reinstecken. Das funktioniert auch. Kannst du mir nicht glauben, aber guck mal, also wie viel bei mir, also dann Hackfleisch geblieben ist. Ich habe fast 800 Gramm alles rein gemacht. So, ich habe jetzt Schlagsahne in beide rein gemacht. Leider habe ich vergessen, also dann Kamera anzuschalten. Also auf jeden Fall kurz aufkochen. Und kann man jetzt die Pfanne rausholen. Ich habe jetzt Soße ein bisschen aufgehitzt, also das heißt, also da ist also nur Zwiebel und restliche Sachen, also vom Champignons. Stelle ich also dann meine Champignons da rein. Und eine Fleischküchle kommt in die Mitte. Ja, das sieht aber gut aus. Ich mache Knoblauch ganz einfach zerquetschen und ich lege also ganz einfach ziemlich grob direkt ins Fahne rein. So, dann mache ich hier so ein bisschen kochendes Wasser rein. Geriebene Käse muss nicht sein. Geriebene Käse noch ein bisschen obendrauf. Und so wird Fleisch dann nicht zu trocken. So, das sieht jetzt richtig perfekt aus. Heute läuft echt alles schief. Schon zweites Kamera wegen der Überhitzung abgeschaltet. Das war noch nie sowas gewesen. Aber bei 33 Grad, also manchmal ist so passiert. Mein Grill jetzt 250 Grad bei direkter Hitze. Stelle ich da rein. Mache ich ein bisschen mittlere Hitze. Hitze habe ich komplett auf Minimum gemacht, damit das da Hitze nicht mehr als 180. Und bei 180 Grad Deckeltemperatur circa 25 Minuten grillen. Wie schnell so wird, also dann Hackfleisch fertig und dann kann man schon rausziehen. So, jetzt ist 25 Minuten vorbei. Also wie ich sehe, also im Hackfleisch schon 82 Grad Kerntemperatur. Also das ist schon ein bisschen viel. Aber zum Glück ist eine rettende Wolke, also dann rausgekommen, damit das die Sonne jetzt verdeckt und sogar so ein bisschen dunkel geworden. Das sieht jetzt so aus. Richtig wunderschön. Petersilien obendrauf. Das sieht man. Ich habe jetzt zwei Pfannen mit dem gefüllten Champignons gemacht. Und das sieht und riecht richtig sehr gut. Meine Frau hat dann Reis gemacht. Soße, da mache ich auch alles rein. Das riecht. Und ich habe Freude, volle, volle. So, schauen wir mal, also wie das innen drin aussieht. Und da sieht man, also da ist schon ziemlich viel Fleisch. Aber komischerweise, Schärfe fühle ich fast kaum. Was soll ich da sagen? Das Gericht ist sehr gut gelungen. Ziemlich schnell. Klar, so eine Hitze mit der Kamera zu arbeiten, also das war nicht so besonders schön. Aber sonst funktioniert alles perfekt. Ich hoffe, mit meinem Video ich kann dir behilflich sein. Danke fürs Anschauen. Ich wünsche dir Gesundheit, Gottes Segen. Tschüss und bis nächstes Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.